Was hat denn bitte der 18er GFS-Hauptlauf gestern Abend berechnet? Das war unfassbar und gleicht eigentlich dem, was wir 1978, 79 erlebt haben mit der Luftmassengrenze Ende Dezember. Darauf schauen wir gleich und wir schauen noch darauf, ist der Winter vorbei ab Montag? Da kommt danach überhaupt noch irgendwas und wie geht es im Januar oder wie könnte es im Januar oder im Februar weitergehen? Das schauen wir uns dann gleich im weiteren Verlauf des Videos an. Fangen wir aber erstmal an mit einer Karte von Bernd Hussing. Da kann man alle möglichen Abweichungen finden, die wir hier pro Monat und pro Jahreszeit und pro Jahr verzeichnen in Deutschland. Und zwar sieht man hier, dass wir im aktuellen Dezembermittel vom Mittel 1991 bis 2020 doch deutlich zu kalt sind. Bis jetzt, also bis zum 16.12., also bis gestern quasi wird das immer gemessen. Und da sieht man, die Kälte-Region ist Hannover mit fast 5 Grad zu kalten Werten insgesamt. Also abweichungstechnisch, wenn der Monat dann vorbei wäre, wäre Hannover fast 5 Grad zu kalt im Gegensatz zum langjährigen Mittelwert. Wenn wir uns mal hier im roten Kasten markiert die Mitteltemperatur in Deutschland angucken, dann haben wir erstens eine 3,23 zu kalte Abweichung nach unten und wir haben eine Mitteltemperatur am Tag von fast minus einem Grad in den ganzen Monat gemittelt. Das ist also schon sehr, sehr kalt und für Dezember eigentlich unvorstellbar gewesen. 2010 war das das letzte Mal so extrem krass vorhanden. Aber es wird milder werden, wie das genau von Schatten geht, morgen auch am Montag mit der Glatteislage von Westen aufkommend. Werden wir uns morgen Abend in einem Video angucken, denn wirklich frisch zu der Luftmassengrenze beziehungsweise zu der Warmfront, die durchziehen wird. Und dann werden wir schauen, wo es da krachen könnte, weil es wird sehr wahrscheinlich zumindest von Westen nach Ost eine sehr krasse Glatteis- und Eisregenlage geben. Apropos Luftmassengrenze, wir schauen uns einmal noch mal 1978 an und zwar der 29. Dezember. Wir sehen Deutschland hier in rot eingekreist und wir sehen den Haupttiefdruckkomplex, also das Hauptkältezentrum hier auf unserer Seite über Skandinavien, Russland, Sibirien. Wir sehen außerdem 1, 2 Tiefs auf dem Atlantik und eben dann eine Luftmassengrenze bei uns, die den Norden sehr, sehr krass erwischt hat mit minus 0 Grad Isotherme über dem Norden Deutschlands und bis zu minus 10 dann über Dänemark. Zoomen wir einmal rein nach Mitteleuropa, damit wir das Ganze noch ein bisschen krasser sehen. Wir haben hier im Süden über 0 Grad in 1500 Meter Höhe und ab dem Norden, also sagen wir ab einer Linie von Berlin ungefähr eine 0 Grad Isotherme und nur wenige Kilometer weiter im Norden haben wir die minus 5er und noch wenige Kilometer weiter im Norden, also auch in Deutschland noch drin, die minus 10er und in Dänemark die minus 15er und dann sogar ganz oben wäre die minus 20er. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz große Luftmassen eng aneinander gedrückt und das spreche einfach eben für ganz, ganz viel Niederschlag und in dem Bereich hier oben auch für Schnee und das war der Fall, hier gab es die Schneekatastrophe 1978, 79. Schauen wir mal ganz gut auf die Wetterlage drauf, wie sie da war. Wie gesagt, merkt euch dieses Bild und dann schauen wir mal, was der 18er gestern Abend berechnet hat. Achtung, das, ja, es sind Ansätze, Ansätze zu erkennen von dem, was 78 passiert ist. Und nochmal kurz zurück, einmal hier und einmal hier. Wir haben natürlich vor allem auf dem Atlantik dieses Tief, ziemlich genauso wie damals, Achtung zurück, hier liegt ein Tief und jetzt liegt das Tief hier. Also es ist ziemlich exakt das gleiche Tief, was dort auch lag, zumindest von der Position her. Wir haben diesen Kaltluft, das Kaltluftzentrum, diesen Kaltluftklops hier über Russland, Skandinavien, hatten wir damals auch ein bisschen ausgeprägter, logischerweise. Die Luftmasse war damals noch kälter, aber das haben wir hier auch. Wir haben ein Hoch über Istland, beziehungsweise über Grönland, hatten wir damals auch ein Stück weiter nach Westen gezogen, aber wir hatten es dort eben auch. Das Einzige, was anders ist, ist dieses Tiefdruckzentrum hier über Neufundland, Kanada. Das sieht wohl aus, als wäre das damals nicht da gewesen, wie man sieht. Da floss nicht ganz so viel Kaltluft ab, wie es dieses Jahr der Fall sein wird nach diesem Lauf. Aber die Luftmasse in 1005 Meter Höhe wäre wieder so wie damals. Wir hätten wieder die 0 Grad Isotherme im Norden Deutschlands mit der Minus 5er und der Minus 10er, also dicht angepresste Luftmassen. Und das wäre eine fette Luftmassengrenze mit Temperaturen. Gehen wir mal jetzt in Mitteleuropa rein nach Deutschland mit Dauerfrost im äußersten Norden, also in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern-Hamburg auch noch betroffen. Was würde das heißen für die Schneemengen? Ordentliche Schneemengen bis zu 20 und teilweise über 20 Zentimeter hier Richtung Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da wäre richtig was im Busch bis zum 1. Januar. Und das wäre definitiv, ja, eigentlich die Lage 2.0. Das wäre 1978 reloaded. Wahrscheinlich ist das aktuell nicht, aber es ist trotzdem eine Variante, die immer mal wieder berechnet wird. Nicht so krass, das war jetzt wirklich gestern eine sehr extreme Variante und eine wirklich sehr passende Variante. Aber gerade über Dänemark und Südskandinavien wird so eine Lage immer mal wieder berechnet. Das ist einfach Fakt aktuell. Und das ist apropos auch Fakt und zwar die Nordrhein-Sphäre von oben geguckt quasi. Hier ist wieder Deutschland eingezeichnet und da sehen wir die gemittelte Wetterlage vom amerikanischen GFS-Modell für den 28. Dezember zeigt, dass dieses Tiefdruckzentrum sich von bei uns, also von Skandinavien Richtung Grönland und Richtung Neufundland, Kanada positioniert mit seinem Kern. Und genau das haben wir eben schon besprochen die letzten Wochen, dass das definitiv für eine eher schlechte Lage sprechen könnte für Winterfans. Denn hier würde dann die Lage, also die Kälte würde dann hier runterfließen Richtung Süden und dann eben bei uns eine Westdrift anfangen können. Das wäre meistens der Beginn einer Westdrift-Zirkulation, wenn hier eben die Kaltluftmassen Richtung Westen sich positionieren. Das ECMWF-Modell sieht das Ganze ähnlich, aber in abgeschwächter Form. Zum 27. Dezember ist es nicht ganz so krass, aber trotzdem, das Kaltluftzentrum liegt trotzdem hier über Grönland und Neufundland, wo dann eben die kalte Luft abfließen kann. Wie kann das unterbunden werden, fragen wir uns. Und das sagt das Icon-Modell von gestern Abend. Der Zwölfer von gestern Abend hätte hier gezeigt, dass wir eine Hochdruckblockade hätten und zwar durch den ganzen Polarwebel durch. Wenn sich dieses Polarhoch mit diesem Hoch über Grönland und Neufundland verbinden würde, dann würde dieser Kaltluftklub bei uns geblockt werden und er würde bei uns bleiben und bei uns nicht seine Kreise drehen und würde nicht Richtung Westen nach Kanada abverschwinden bzw. abgedriftet werden. Das wäre definitiv die einzige Variante, die uns noch Winterwetter bringen würde bzw. die Chance erhalten lassen würde. Denn jetzt kommen wir mal auf den Punkt, der auch im Titel steht, ist der Winter vorbei? Ja, sehr wahrscheinlich könnte man eigentlich sagen, ja, ist er. Denn wir haben hier zum einen die Zonalwinde. Das sind also quasi die Winde ganz, ganz, ganz oben. Wie drehen sich die? Wie stark sind sie? Wie stark ist quasi die Drehung im Polarwebel, könnte man sagen? Und da sehen wir quasi, dass wir aktuell auf sehr tiefem Niveau sind, auf sehr niedrigen Niveau sind und langsam wieder nach oben aufsteigen. Und dann eben, ja, gibt es teilweise Läufe. Das hier ist das Orangene, ist der GFS Hauptlauf. Der geht ganz weit nach oben aktuell. Das heißt, die Zonalwinde erholen sich, drehen sich wieder schneller. Und somit wird sich wahrscheinlich auch der Polarwebel ein wenig regenerieren, sowohl in der Stratosphäre als auch in der Troposphäre. Das zeigt auch die NAO und die AO. Der NAO-Index ist der nordatlantische Oszillationsindex. Das heißt also, die Druckgebilde zwischen Grönland, Island und Nordatlantik. Und der zeigt weiterhin relativ neutrale Werte im Index. Das heißt also, wir wären eher in einer nordwestlichen Lage bis leicht westlichen Lage, aber keine starke westliche bis südwestliche Lage noch nicht. Und die AO ist die arktische Oszillation. Das heißt also, vereinfacht gesagt, der Zustand des Polarwirbels. Und da wird man einfach mal sehen, hier schon seit Tagen wird der Trend jetzt angedeutet. Hier Richtung Ende des Jahres, Richtung Anfang Januar wird eben die AO relativ, naja, zumindest mal positiver. Nicht positiv, denn sie ist immer noch im Mittel unter 0, also im Index bei minus 1. Das heißt aber nicht, dass sie nicht nach oben noch gehen kann. Also sie wird sich auf jeden Fall erholen. Und das heißt sogar, der troposphärische Polarwirbel wird sich aller Voraussicht nach mit dem stratosphärischen Polarwirbel wieder vereinen. Die sind ja aktuell voneinander abgekoppelt und somit kann sich das dann wieder verbinden. Und wir hätten eine relativ stabile Polarwirbelsituation. Das sieht man auch hier in der Stratosphäre jetzt mal. Da haben wir so gut wie es geht keine Warmings. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 kleine, aber das sind wirklich minimale. Die hatten keine Auswirkungen. Und das würde bei uns bedeuten, dass wir wahrscheinlich eher in eine Westlage kommen könnten, weil sich dieser Polarwirbel eben geschwächt zeigen muss, damit sich bei uns überhaupt irgendwas tut in Sachen Kälte. Und so sieht es aktuell nicht danach aus. Jetzt noch ein kleines Bild, was wir noch nie gezeigt haben. Und zwar dieses Bild von der Noah. Und zwar zeigt das ganz vereinfacht gesagt eine Linie, die wir hier sehen. Und wenn diese Linie unter Null ist, dann haben wir im Pazifik eine negative Abweichung der Wassertemperaturen. Heißt also, wir haben ein La Nina Effekt bzw. Event. Und wenn das Richtung positiv geht, dann haben wir wahrscheinlich ein El Nino Event, also zu warme Wassertemperaturen dort. Das kann durch Telekonnexion eben hier und da auch bei uns für Veränderungen sorgen. Im Wetter ist aber teilweise sehr schwammig. Vor allem, wenn wir hier gerade sehen, wir haben ein sehr leichtes Event von La Nina. Nur hat meistens nicht so die großen Auswirkungen bei uns. Und wir sehen aber auch, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ab dem neuen Jahr geht das Ganze nach oben. Und wir haben dann wahrscheinlich ab April eine positive Index-Situation hier im Pazifik. Und somit würden wir dann wohl allmählich aus La Nina rauskommen und in einen neuen El Nino gehen Richtung Anfang des kommenden Jahres 2023. Würde also bei uns dann wieder weitere Veränderungen bedeuten. Und was das bedeutet, klären wir dann, wenn es soweit ist. Ja, das war es erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder am Abend mit einem neuen Video mit der Betrachtung der Eislage, der Eisregenlage morgen Abend beginnend. Und dann vor allem Montagmorgen im Berufsverkehr weitergehend. Viel Spaß bis dahin mit dem letzten Tag, den letzten zwei Tagen des Winterwetters. Und dann bis morgen Abend. Ciao, ciao. Ciao.